herzlich willkommen leute zum diesen letzten video fifa 21 karrieremodus mit dem 68 münchen die letzte folge 6 6 6 der folge und das wärs ich habe das letzten video gesagt das letzten video heute und dafür müsst ihr ein like da geben und ein abo da geben heute mit dem 68 münchen geht es weiter wir haben erst zwei zwei spiele gemacht es ist ein bisschen kurioses spiel vielleicht mache ich eine andere neue mannschaft ich werde weitermachen mit 68 münchen aber nicht mehr beim fifa karrieremodus 68 münchen es kommen weitere videos auf meinen youtube kanal jetzt kommen täglich videos jetzt kommen zwei wochen videos auf meinem youtube kanal und es wird einfach nur einfach nur cool also es gibt insgesamt zwei wochen youtube videos und plus drei also das ist richtig 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 gut und ich und ich freue mich selbst also lassen leicht lassen aber da wenn ihr diesen video gefällt nächsten karrieremodus geht es weiter erste folge mit vfb lübeck in der dritte dritte liga leute lasst einfach mal ein like da und kommentiert ihr einfach wer soll ich wer soll ich in dieser mannschaft kaufen und soll ich einen jugendspieler holen ein talent könnt ihr alles in die unten schreiben könnt alles nach unten schreiben wir spielen gegen stuttgart und leute noch auch es ist ja es ist das letzte aber es geht wieder leute es geht wieder vollem es geht wieder und hier so über eingekauft ok ich habe jetzt ein angebot ja leute ich weiß ihr habt sehr ich weiß leute dass ihr wahrscheinlich hessig seid dass ich schon beende 68 münchen es ist erst dritte folge es ist erst dritte folge ja nein es ist erste sechste folge ja es ist noch mega frisch sechs folge habe ich noch nie in meinem youtube kanal gemacht also ich habe noch nie sechs folge auf fifa karriere gemacht das ist das erste mal aber leute es macht mir so spass ihr könnt einfach mal in die kommentare schreiben was ich für spieler kauft was ich für spieler kaufe beim ach also ich könnte in die kommentare schreiben ich meine vfb lübeck was ich für spieler kaufe die talent spieler oder was immer ich mache aber trotzdem weiter mit 68 münchen ich wollte nur sagen das war es mit diesem video hoffentlich hat das video gefallen lassen like dann lassen aber da ich wünsche euch einen schönen tag und einen restlichen freitag jetzt kommen täglich neues video am sonntag kommt fifa karriere online und morgen kommt das event los gegen napoli das video tschüss sonntag video online und direkt kommentieren und direkt direkt da